Was ist denn ein Atheist? Was ich nicht bin. Ich bin Arassist und Afaschist, aber keiner nennt mich so. Was ist denn mit dem Atheisten so anders? Es gibt wahrscheinlich genauso viele Definitionen von Atheist und Atheismus, wie es Atheisten gibt. Mein Bemühen ist hier etwas Transparenz reinzubringen und eventuell eine Art Standard heraus zu bekommen, mit dem eine Mehrheit leben kann. Alle werden wir sowieso nie unter einen Hut bekommen und da gebe ich mich auch keinen Illusionen hin. Ich mache also hier einen Vorschlag und hoffe, es gibt viel konstruktive Kritik. Also Theos, griechisch für mit Gott, daraus folgt dann, der Theist ist jemand, der glaubt, dass mindestens ein Gott oder Göttin existieren. Der Atheist, also das Gegenteil, glaubt das eben nicht. Ende aus. Wie Ende? Sonst nichts. Das ist allen gemein, die ohne Götter durch den Tag kommen und deswegen könnten wir hier auch aufhören. Nur leider schaffen es Theisten, also vor allen Dingen Apologepen aller Couleur, immer wieder hier Zweifel einzustreuen, weil sie damit nicht klarkommen. Na gut, wenn wir schon mal hier sind. Wenn also jemand glaubt und behauptet, dass Drachen oder Rumpelstielchen existieren, muss ich, wenn ich das ablehne, was ohne Belege behauptet wird, muss ich dann auch selber Beweise dafür liefern, warum ich das ablehne? Nein, wohl kaum. Ich stelle dir selber keine Behauptungen auf, nicht ein einziger. Warum? Naja, weil derjenige, der den Glauben an Götter oder Rumpelstielchen ablehnt, lediglich auf Behauptungen reagiert, ohne zunächst selber welche aufzustellen. Diejenigen aber, die behaupten, ihr Lieblingsgott mitsamt dem Lieblingspropheten haben wirklich existiert, bzw. existieren heute noch, die haben die Beweislast und müssen in der Lage sein, die aufgestellten Behauptungen auch zu belegen. Sonst kann, wie wir ja alle wissen, eine Behauptung ohne Beweise auch ohne Beweise abgelehnt werden. Wenn also Menschen mit Götterglauben einfach nur ihren Mund halten, dann gäbe es diese ganzen Auseinandersetzungen nicht. Weil wir brauchen eure Götter wirklich nicht. Jeder darf aber glauben, was er oder sie will. Nur sollten sie nicht darüber reden. Und Wissen tut ihr es ja eh nicht. Glaubt doch, was ihr wollt. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir mal einen kurzen Abstecher in die Erkenntnistheorie oder Epistemologie machen. Glauben darf jeder, was er oder sie will. Einfach aus Überzeugung. Sobald aber das, was geglaubt wird, jemandem erzählt wird, ergibt sich daraus eine Beweislast. Denn dann kann ich fragen, warum glaubst du das? Und jetzt kommt eben diese Erkenntnistheorie ins Spiel, die uns ermöglicht, Glauben und Wissen zu analysieren und alles, was so dazwischen liegt. Ich versuche, alles so komprimiert wie möglich darzustellen. Falls also jemand mehr braucht, bitte einfach schreien und mich fragen. Also Glauben ist alles, wovon wir überzeugt sind, ohne Beweise. Wissen ist Glauben, der bestätigt ist, der höchstmögliche Grad an Gewissheit, was dann durch Fakten, Messungen, Theorien und Regeln untermauert wurde. Das heißt also, man kann etwas Falsches glauben, aber nichts Falsches wissen. Ich kann eine Meinung oder ein Glauben bezüglich der nächsten Lottozahlen haben, aber kein Wissen, unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht. Das Wissen habe ich dann erst nach der Ziehung. Und so einfach ist das eigentlich. Und insbesondere die englische Sprache unterscheidet zwischen dem persönlichen Glauben, also Belief, berechtigtem Glauben, Justified Belief, bestätigtem Wissen, also Knowledge, und dem Glauben an etwas, was weder verifiziert noch falsifiziert werden kann, Faith. Ich glaube, auf Deutsch sagt man dann einfach nur der blinde Glaube, da es da keinen entsprechenden Begriff für gibt. So, jetzt zurück zu Menschen, die etwas aus Überzeugung glauben und denen, die hier keinen guten Grund sehen, dies auch zu tun, die Belege brauchen, um etwas zu glauben und dann auch belastbare Beweise verlangen, die aber nicht geliefert werden können. Das heißt, in der Zusammenfassung sehe ich das so. Mensch plus Gott ist, T ist oder Mensch plus Götterglaube. Aber der Mensch plus nichts, also kein Gott, kein Götterglaube, nichts, der ist doch Mensch, der ist doch nicht Atheist oder Afaschist oder Arassist. Ist doch logisch, oder? Aber gut, ich benutze das Wort jetzt einfach, auch wenn ich es persönlich ablehne. Nicht jeder Atheist ist gleich Atheist. Es kommt auf den einzelnen Menschen an, nicht nur den nicht vorhandenen Götterglauben. Oder ob jemand wie ich Götter allgemein ablehnt, also Antitheist ist oder einfach nur passiv ist oder sogar völlig interesselos, also Apartheist ist. Das heißt, die Spanne derjenigen, die in der Grundform Atheisten sind, die nicht in irgendeiner Form mit weiteren Attributen nicht an Götter glauben, ist riesig. Anders ist es mit der Gnostik, auch aus dem griechischen Gnosis mit Erkenntnis, also dem Wissen um etwas. Ein Mensch kann nicht mit hundertprozentiger Gewissheit wissen, dass es Götter und vor allem seinen Lieblingsgott gibt. Denn wenn es Wissen wäre, wäre es ja universal gültig. Ist es aber nicht. Ein Agnostiker ist demnach jemand ohne Wissen, meistens, jedoch nicht ausschließlich, in Verbindung mit Göttern oder Göttinnen. Der nicht wissen kann, ob es Götter gibt oder nicht. Oder aussagt, es kann nicht gewusst werden. Das ist dann auch eine Meinung. Das heißt, ich kann nicht generell und mit Sicherheit ausschließen, dass es Götter oder Göttinnen irgendwo und irgendwie gibt. Hier weiß ich zu wenig, um mir eine informierte, abschließende Meinung zu bilden. Dies trifft also, wie wir gerade gesehen haben, sowohl für den Theisten als auch für den Atheisten zu. Weshalb das Wort ja selber eigentlich überflüssig ist. Daher hat es im Laufe der Zeit eher die Bedeutung eines, mannens Fakten, Nicht-Wissen-Könnens und des Unentschlossenen angenommen. Der also nicht glaubt, dass es Götter gibt, also streng genommen auch ein Atheist ist. Da die Atheisten Sicherheit in großen Zahlen suchen, mögen die eine solche Zuordnung nicht, weil es ja dann mehr Atheisten gäbe. Deshalb versuchen sie eben durch Agnostiker und Atheisten die Zahl der Atheisten so klein wie möglich zu halten, indem man die halt trennt. So, zu guter Letzt jetzt noch ein, schon wieder ein Begriff, aber den ich ebenfalls ablehne und auch nicht so richtig verstehe, wie der eigentlich zustande gekommen ist. Der Atheismus. Ein Ismus ist ein Wortsuffix, welches die Ideologie beschreibt mit Anführer, Anhänger, Doktrin, Ziel, Inhalten, Aktionen. Dies alles hat aber ein mangelnder Götterglaube nicht. Vielleicht der Theismus schon. Weshalb wohl auch hier Theisten wieder eine Annäherung an den Atheisten suchen, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Nach dem Motto, ihr seid ja auch eine Glaubensform, ein Atheismus. Also tut mir leid, aber ich finde das albern. Naja, und das war ja ursprünglich als Schimpfwort gedacht. So wie es mein gottesfürchtiger Bruder bei mir anwendet. In Saudi-Arabien sind Atheisten Terroristen gleichgestellt. Da es heute mehr Atheisten gibt als je zuvor, hat sich der Inhalt des Wortes Atheismus dann gewandelt in Richtung des Nichtglaubens von Göttern. In meinen Augen immer noch völlig bescheuert und unnötig, weil eben Glauben und Nichtglauben etwas völlig anderes ist. Aber Apologeten, und das sehe ich andauernd, die versuchen immer noch, das passive Nichtglauben, dass Götter existieren, versuchen das umzuwandeln. In das aktive Glauben, dass Götter nicht existieren. Also der positive Glaube. Nur um hier einen Hauch einer Behauptung rauszuholen. Es ist unehrlich und zeigt, wie schwache Argumente für die Existenz von Göttern wirklich sind. Ich kenne das, warum? So geht das doch nicht. Und hier ist auch noch, das habe ich auch schon so oft gehört, aber erstmal eine Analogie. Ein Theist hat die Qual der Wahl. Er hat ein Glas vor sich stehen und kann jetzt beliebig viele Glaubensrichtungen wählen. Innerhalb einer Richtung stehen dann verschiedene Sekten zur Verfügung. Und bei Christen sind es, ich glaube immerhin über 30.000. Und jetzt versuchen Theisten, alle Atheisten, möglichst nach den eigenen, aber leider eingeschränkten Wahrnehmungen zu definieren. Also als Mensch mit leerem Glas, dem nur der richtige Inhalt fehlt. Der Gott, möglichst mit seiner Couleur, der einzig richtigen Couleur. Nur ist es in der Realität etwas anders. Nämlich der Mensch hat erstmal kein Glas. Kein leeres oder sonstiges Glas. Hatte ist es also nicht wie glasleer. Ich brauche keine Götter. Und mir mangelt es auch nicht an Schöpfergestalten. Aber das zu akzeptieren, fällt Theisten anscheinend enorm schwer. Warum eigentlich? Okay, jetzt einen Teil haben wir noch zu klären. Der Standard oder Nullpunkt als Nullhypothese. Die Vorgabe. Gerade der Islam behauptet ja, dass Menschen prädisponiert sind, an Götter oder Göttinnen zu glauben. Und dies habe ich mehrfach widerlegt und gezeigt, dass Kinder teleologisch, also zielgerichtet und an Nutzen denken. Und erst durch Indoktination, anthropomorphe Gottesvorstellungen entwickeln. Und ich habe sämtliche Behauptungen, die meist auf einen Justin Barrett oder Olivera Petrovic basieren, durch mehrere Studien widerlegt. Und schließlich hat auch Barrett selber seine Schlussfolgerungen zurückgezogen, nachdem Professor Grayling ihn mit seinen Falschaussagen öffentlich konfrontiert hat. Das heißt, die Ausgangssituation ist, dass wir ohne jeglichen Götterglauben auf die Welt kommen und dann durch Eltern, Umgebung, Gesellschaft oder was immer, einen Götterglauben erwerben, der in vielen Fällen nur sehr schwer wieder loszuwerden ist. Also, wenn ich das zusammenfasse, dann schlage ich vor, wir nehmen den Begriff Atheist als Fundament und als umfassenden Begriff für alle diejenigen Menschen, die keinen Götterglauben haben. Der Inhalt dieses Wortes ist aber nicht ein ganzer Rucksack, gefüllt mit Neo-Evolutionstheorien, Neurologie, Kosmologie, Geologie etc. etc. pp., sondern wirklich nur der nicht vorhandene Götterglaube. Punkt. Danach haben wir individuelle Möglichkeiten, aus der Persönlichkeit heraus, aus Charakter und Genen, Umgebung, als, ich bin mir aber nicht sicher, aufzutreten, oder wie ich, der ich behaupte, die Götter Abrahams, sind zu 100% nicht existent, da sie sich logisch widersprechen in ihren Attributen. Oder halt jemand, dem das Schnuppe ist. Nur sollten wir nicht wild mit Begriffen rumwerfen, nur weil wir zu faul zum Denken sind. So, ist das machbar? Das sagt ihr. Ist das ein gangbarer Weg oder bin ich zu optimistisch? Ist das ein guter Vorschlag? Ist das eine Möglichkeit, jetzt wirklich mal eine Definition reinzubringen, die allen gerecht wird und wo jeder dann individuell das dann ausschmücken kann? Ich freue mich schon auf Vorschläge und Meinungen. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Ciao für eine noch.